von dämonenbeschwörungen bis zu verstümmelten leichen zeige ich euch zehn internetseiten die ihr auf jeden fall vermeiden solltet los gehts nummer zehn gegen hunde der beste freund des menschen der hund ich kann verstehen wenn der eine oder der andere vielleicht hunde nicht mag aber sie derartig so zu hassen dass man sogar eine internetseite erstellt ist krank auf dieser webseite werden bilder gezeigt wie hunde gequält oder verstümmelt werden es wird sogar ein gift rechner angeboten um auszurechnen wie viel gift man benötigt um einen hund zu töten hunderezepte zum selber kochen werden auch vorgestellt nummer 9 die reddit nachrichten vor zwei jahren tauchten mysteriöse nachrichten auf der plattform reddit auf die nachrichten bestehen aus buchstaben und zahlen erscheint so als ob der verfasser eine botschaft übermitteln will alle nachrichten sind verschlüsselt bis auf zwei diese lauten übersetzt hilfe und helft uns keiner hat es bisher entschlüsselt oder den zusammenhang verstanden der verfasser ist vor kurzem wieder aktiv geworden und hat neue verschlüsselte nachrichten hinterlassen nummer 8 aliens diese webseite beschäftigt sich mit aliens der autor liefert zahlreiche begründungen mit angeblichen beweis bildern um genau zu sagen behauptet er dass reptilien die menschheit erschaffen haben angeblich sind sie viel intelligenter als wir und sie kontrollieren uns wir können uns angeblich nicht daran erinnern weil man uns eine gehirnwäsche verpasst hat der autor geht noch in die antike welt ein und behauptet dass unsere vorfahren von ihrer existenz wussten und dass die wahren götter reptilien sind heute leben sie angeblich auf mars und werden eines tages uns besuchen kommen da bin ich mal gespannt nummer 7 amaze in ehrlich gesagt gibt es da nicht viel zu sagen das einzige was man sieht ist dass diese webseite sich auf eine philosophischen ebene auf die zahl 9 um wer wir wirklich sind bezieht es sind komische rechnungen zu sehen und ein paar mysteriöse bilder man sagt dass illuminaten angeblich dahinter stecken wenn man weiter runter scrollt sieht man auch zitate von propheten und anderen personen wer mathematisch begabt ist kann ja mal reinschauen nummer 6 die skybridge brücke diese brücke liegt an der westküste von florida und ist auch bekannt als eine selbstmordaktive brücke jährlich springen dort dutzende menschen in den tod diese webseite listet berichte auf die bis zu 60 jahre zurückführen dort kann man nachlesen ob eine betroffene person gerettet wurde oder in den tod gesprungen ist die statistik wird ständig aktualisiert und auch in diesem jahr gab es tote oder versuchte selbstmorde nummer 5 texas death row habt ihr euch mal gefragt was die letzten worte sind von jemanden der kurz davor ist zu sterben nun auf dieser webseite könnt ihr genau das nachlesen es sind die letzten worte von verbrechern die im todestrakt sitzen das gefängnis liegt in texas und verschafft einen kurzen einblick in die letzten gedanken eines mörders die seite wird ständig aktualisiert es ist schon unheimlich was für statements es da gibt der eine bereut seine schuld der andere zeigt sein wahres gesicht und ist stolz darauf was er getan hat andere wiederum behaupten sie wären unschuldig nummer vier flugzeug abstürze auf dieser internetseite sind fast alle flugzeug abstürze der letzten 50 jahre aufgelistet das schreckliche daran ist dass dort die letzten tonaufnahmen des cockpits als audio dateien hochgeladen wurden man hat liebesgeständnisse schreie oder abschiedssätze von piloten manche dialoge können nachgelesen werden wie vom flug 93 das am 11 september abgestürzt ist nummer drei satanismus diese kranke webseite zeigt eine anleitung wie man dämonen beschwert der teufel wird da schön geredet und junge leute werden von der internetsekte dazu animiert beizutreten tonaufzeichnungen von zeremonien und mehrere anleitungen werden dort angeboten zum beispiel wie man ein ouija brett richtig benutzt oder wie man ein liebesgeständnis an den teufel macht da wird auch vorgegaukelt dass dämonen die beschützer der menschheit wären nummer zwei die toten engel auf dieser webseite kann man sich ein fotoalbum erstellen und digital bilder hochladen jedoch sind das keine gewöhnliche fotos sondern fotos von toten säuglingen mütter die eine totgeburt nicht verkraften laden ständig fotos auf dieser webseite hoch die säuglinge sind meist weiß gekleidet und werden professionell wie bei einem fotoshooting fotografiert manche haben sogar auf dem bild einen hohes verwesungsstadium erreicht und die nummer eins deep web ist an sich keine internetseite sondern ein tor das zu kranken internetseiten führt als deep web bezeichnet man alles was von alltäglichen suchmaschinen wie zum beispiel google nicht gefunden werden kann darunter zählen internetseiten die sich mit illegalen aktivitäten beschäftigen und die nutzer anonym bleiben wollen man kann sich das so vorstellen es ist ein internet im internet ich rate aber jeden davon ab sich da rum zu treiben weil man da alles findet was man finden kann und es da keine regeln gibt zum beispiel bietet man da dienstleistungen an wie auftragsmorde es gibt foren die sich mit selbstmord beschäftigen und es noch fördern menschenhandel wird da betrieben foren die damit prallen andere mit aids absichtlich angesteckt zu haben videos und bilder von verstümmelten leichen manchmal auch leichen von kindern das deep web wächst immer weiter falls euch das video gefallen hat dann schreibt mir in die kommentare lasst mir ein like da und abonniert mich damit ihr nichts mehr verpasst außerdem könnt ihr mir noch bei twitter und instagram folgen wenn ihr wollt die links sind in der beschreibung bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal